Hallo. Ich weiß nicht so richtig, wo ich jetzt hingucken soll. Ich stelle mir jetzt vor, dass Menschen, die ich nicht sehen kann, dieses Video schauen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Trotzdem freue ich mich, dass sie sich dazu entschieden haben, den Film zu gucken. Ein großes Danke geht an mein Team und an meine Produktionsfirma und Maria Wischniewski, dass sie den Film und diesen nicht so ganz einfachen Prozess die ganze Zeit immer so unterstützt hat. Danke an meine Familie, dass sie mir von Anfang an zur Seite gestanden haben, ohne Wenn und Aber. Und ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Hier im Hintergrund sieht man so ein paar von den Videokassetten, die sich in unserem Familienarchiv angesammelt haben und aus denen der Film größtenteils entsteht. Ich habe 2015 damit angefangen und die letzten zwei Jahre intensiv damit verbracht, das Leben meiner Mutter zu rekonstruieren. Und habe mich diversen Frauenthemen gewidmet, die ich am Anfang eigentlich nicht in mein Leben lassen wollte. Also ich muss sagen, ich bin durchaus zur Feministin geworden. Also ich will nichts weiteres vorausnehmen. Ich sage einfach viel Spaß beim Film. Normalerweise würde ich auch sagen, wir sehen uns dann später im Foyer. Das geht jetzt leider nicht. Deshalb möchte ich Sie einladen, uns auf Social Media zu besuchen. Wir sind auf Instagram und auch auf Facebook vertreten. Und ich würde mich wirklich sehr auf einen persönlichen Austausch freuen. Also wenn das Bedürfnis besteht, werden Sie mich bestimmt finden. Viel Spaß!